Die Seefahrt Und der Koch in der Kombüse, dieser vollgefressene Schlauch, kocht uns jeden Tag Gemüse, Kaffee kochen kann er auch. Und die Möwen frisch und munter, sie erfüllen ihren Zweck und sie spucken froh und munter auf das frisch Gewass mit Beck. HAL LAHI HAL LAHO HAL LAHI HAL LAHI HAL LAHI HAL LAHI Au rei!